Vor tausenden von Jahren, nachdem Atlantis im Meer versunken war, gab es ein Zeitalter, in dem die Macht der schwarzen Magie ungebrochen war. In diesem Zeitalter lebte Conan. Als Junge in Ketten gelegt und versklavt, wuchs er zu einem gewaltigen Krieger heran. Nach seiner Flucht musste er gefährliche Abenteuer bestehen, um dem mächtigsten Magier auf Erden entgegenzutreten. Conan, ein Mann, ein Freund, ein Held. Sein Schicksal ist es, die Unterdrückten zu befreien und sich selbst zum König zu krönen. Conan. Ich bitte um Vergebung, mein Lord. Ich schwöre, das wusste ich nicht, sonst hätte ich ihn auf der Stelle getötet. Jetzt find ihn und bring ihn um, sonst verbanne ich dich in eine Hölle, die noch weit schlimmer ist als deine Albträume. Das nächste Mal bist du ein toter Mann. Wir werden sehen.